Hallo liebe Münzsammlergemeinschaft, mein Name ist Nazmiah Herrmann und wenn Sie nicht nur an den Münzen selbst interessiert sind, sondern auch neugierig sind, was passiert, wenn Sie Ihrer Sammelleidenschaft nachkommen und eine Münze bei MDM kaufen? Dann sind Sie hier genau richtig, diese Neugier wollen wir hier heute stellen und dazu folgen Sie mir mal mit in den Sicherheitsbereich, in die Logistik. Kommt mit! Und sobald wir hier drin sind, sehen wir auch schon unser AKL, unser automatisches Kleinteilelager, der sogenannte Tower. Der Inhalt dieses Towers würde Münzliebhaber da sehr begeistern, denn in diesem Tower befindet sich das große Sortiment der Münzwelt. Damit Sie die Münze erhalten, die Sie auch bestellt haben, arbeiten wir hier am Tower mit dem Pick-by-Light-System. Auf gut Deutsch gesagt, lichtgesteuerte Kommissionierung. Folgen Sie mir. Unsere lieben Mitarbeiter hier am Tower werden durch ein Lichtsignal gesteuert. Mit dem Scannen des Kommissionierorders werden im Tower die Kommissionierwagen, also die Lagerbereiche innerhalb der Kommissionierwannen angesteuert, angetriggert und fahren raus. So, und jetzt gucken wir mal der Kollegin über die Schulter und sehen, dass das Licht einmal in den Lagerbereich rein streut. Der Lichtstrahl steuert hier auch dann in das Fach. Jedes Fach, so muss man sich das vorstellen, denn jedes dieser Fächer ist ein Kunde. Und so geht es weiter. Und wenn so ein Kommissionierwagen vollständig kommissioniert ist, wird er von den fleißigen Kolleginnen in Halle 3 gefahren und unser Lagerbereich erstreckt sich auf 5000 Quadratmeter. Der Kommissionierwagen wird hier an eine Übergabestelle in eine Warteposition abgestellt und die Kolleginnen aus dem Versand übernehmen, den Kommissionierwagen. Übergabe hat stattgefunden, der Kommissionierwagen geht jetzt in Richtung Versand. Im Versand wird unser Versandteam die abschließende Prüfung durchführen, nämlich ob der Bestellinhalt zur Kundenbestellung passt. Und das Ganze natürlich wieder mit technischer Unterstützung. Das Versandteam führt die abschließende Prüfung durch, ob Bestellinhalt zur Kundenrechnung passt. Mit der Scannung zusammen erscheinen alle Komponenten auf dem Bildschirm und mit dem Scannen jedes einzelnen Produktes bestätigt die Mitarbeiterin, dass der Sendungsumfang die richtige Bestandteile beinhaltet. So, dann wird noch ein bisschen Informationsmaterial beigelegt. Die Sendung wird zusammengestellt. Die Produkte werden auf die Schutzklappe aufgeklebt. Wie gesagt, nochmal, Infomaterial darf nicht fehlen. Wir wollen ja die Kunden, die Münzliebhaber immer auf dem neuesten Stand halten, was sich so im Münzmarkt tut. Die Sendung wird mit der Rechnung zusammen in den Umschlag verpackt und in die Postwanne rein sortiert. Und dann hier auf unser Förderband übergeben. Dann kann es jetzt schon fast die letzte Reise innerhalb der Logistik antreten. Dieses Förderband wird dann zum Feierabend hin angestellt und landet in einer Sammelstelle zur Abholung. Und hier sehen Sie schon, hier wird es laut an der Stelle. Hier kommen jetzt die ganzen Sendungen, die unsere Logistikhallen verlassen sollen und in aller Weltrichtung den Kunden erreichen sollen. Unser Förderband weist nämlich auch ein kleines bisschen technische Intelligenz auf. Alles, was nicht die gelbe Farbe besitzt, wird umreift. Gelb kann durch und die Kartons werden in einer Hochgeschwindigkeit mit einem Sicherheitsband umreift. Die Sammelstelle zur Abholung ist sozusagen die letzte Station innerhalb der Logistik. Hier warten die Sendungen abgeholt zu werden, von zum Beispiel der Post oder anderen Kurieren und werden dann an die Kunden rausgeschickt. So, von der Sammelstelle zur Abholung wird die Ware jetzt auf unsere Rampe, auf den Warenausgang verbracht. Und hier sehen wir schon zwei Korletten mit Ware, die an Sie rausgeht, liebe Kunden. Hier können wir einmal auf die Rampe schauen, wie unser Hermes LKW hier andocken wird. 40 Tonner LKW, damit viel Ware rausgeht an unsere leidenschaftlichen Sammler. Diese werden immer mit Ameisengerät verbracht. Die sind zu schwer, um sie alleine so zu rollen. Blombe und Nummer passen zueinander, sind auf dem Dokument festgeschrieben. Und jetzt kann unser LKW losfahren, oder? So, liebe Münzliebhaber und Sammelfreudige, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, ich konnte ein paar Einblicke in die logistische Abwicklung der Münzwelt vermitteln. Ich bedanke mich nochmal und wünsche Ihnen alles, alles Gute herzlichst. Nass mir Herrmann! Koppel Koppel